so wir sprachen ja vorhin vom portal bauen ich denke mal das werden wir dann jetzt auch mal machen so was brauche ich dafür genau tun uns leid aber dann müssen wir mal gucken wie wir das mit dem eisen hinkriegen weil ich brauche auf jeden fall jetzt eisen so dann machen wir uns mal den eimer so in der zeit tun wir dann das mal also ich bräuchte echt noch so ein chest wo dann kann ich es auch da rein tun so perfekt das drecksei brauche ich auch nicht die werde ich mir dann ganz schnell grillen kann ich noch mal etwas essen und dann geht es sofort auf ja so bringt gar kein volles leben so hier war das nicht naja gucken wir mal hier was hier ja genau voll das ist gut dann gehen wir mal los oder wir können los oh junge ja wir müssen dann da hinten hinzu wo dieses laber war da können wir das portal dann bauen ich verlange nicht mehr im neta da müssen wir hin fick dich bo 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 ja dann geht es mal ready jetzt kommt man mit dem master aussprung ins wasser wow yeah den sound-effekt wollte ich euch zeigen ja pisse euch brauche ich euch nicht ich brauche euch nicht wo 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 ist er da genau da war das lager dann wollen wir es hier bauen zwei drei vier da muss jetzt lava dann rein So, und dann wenn man das mit Wasser übergießt Soll das klappen, mit Obsidian Ah genau, da ist Obsidian Aber warum da jetzt Stein hingekommen ist, das frage ich mich Naja, dann nehmen wir uns halt noch mal Lava Wieder Was ist los, Alter? Was ist da jetzt, ähm Na, ich muss das noch Oh Mal hier rein Dann zwei mit dem Vielleicht muss man Ah ja, ok Schauen wir uns dann hier noch ein hin Gehe ich das nochmal hinweg? Money! Das ist echt eine schwere Geburt hier, aber wir kriegen es hin, Leute Sauber So, dann können wir das jetzt hier wieder mit Sand zu machen Das sind drei Und das ist vier Da muss hier noch einer weg Ist dann da Mal eben zwei Lava hängen können Eins Zwei So, dann Das Perfekt So, jetzt haben wir hier schon mal vier Und gehen wir hier nochmal vier in die Höhe So, jetzt habe ich das so gesehen, dass man dann hier Eins, zwei Oh nein, jetzt wird es dunkel Das war jetzt mies Und zwar Das war jetzt mal richtig klappen Auf jeden Fall ist es klapp, ne? Jawoll Ach du heilige, nein! Ach du heilige, nein! Wir müssen noch ganz wenig Lava, ey, scheiße Scheint hier auch noch Lava zu sein Nun ja, wir machen mal weiter Ich bin schon mal Ja Ich werde Jäuble Ich Nu Mach Schmer Ich Ich Besch Ich Schmer Ich Ich Schmer Es wird nur ein bisschen lange dauern, aber... Ich baue hier wieder ohne Werkzeug So, aber jetzt kann hier nichts passieren Nur gucken... Ich war hier zu schauen, hat mir das nicht direkt mitgenommen Wollen wir mal robben, ne? Nein, bitte lass das so sein Das ist mies Da kriegt man es ja ab Zicke Zicke Da liegt mir ein Tarant Ey, du kleine Bastardensaul Ich bin sorry Scheiße Dann ändert man Oh shit, oh shit Da, da Wir müssen jetzt echt hier warten Mal Wolle habe ich auch nicht Aber bei uns hätten wir uns jetzt schnell hier im Bett machen können Aber... Das ist ja jetzt ein bisschen Da ist ein Gräber Aber es müsste gleich eigentlich wieder hell werden Und... Ist... Oh, Alter Da hinten ist ja mein Hau Da wird auch Lava sein Soll ich... Oh, Enderman habe ich gesehen Ich bin nach Hause fliehen, Alter Ich bin nach Hause fliehen, Alter Oh nein Zicke Und... Oh nein ... Oh nein Oh nein Oh nein Das ist ja mein kleiner Frotter Oh nein Oh nein Das war jetzt kacke mit dem Portal Am Anfang da Aber egal Wo haben wir das noch mal gesehen? Das war gar nicht so weit weg Können wir jetzt da noch mal anfangen Weil das ist ja kein Zweck Da hinten Da ist ein Krieger Da haben wir jetzt nochmal zwei Feine bekommen Nein Da hinten Da müsste das Lava noch sein Jawoll, habe ich es auch gesagt Was ist das? Oh Wee, 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 wee Oh 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 Glück Oh 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 Jetzt mal hier noch was rein. Ich muss jetzt mal hier noch reinlaufen. Okay, es hat nicht geklopft. Fail. Sollst du nicht? Kleiner Assi. Also so ein Portal zu gießen ist bombig. Bombig schwer, Alter. Ich glaube, das wird sich über zwei Folgen ziehen. Ich weiß, ich bin da noch nicht so gut drin. Aber, naja. So mal so, ne? So ist es nun mal. Uff. Wieder Glück des Jahres, ey. Perfekt. So, jetzt haben wir drei. Dann hier noch einen ab. Da haben wir es auch. Und jetzt wir noch mal. Und dann? Wenn das jetzt mal wie einst ist, Dann ran. Lauch. Dann gehen wir ab. 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 Und wir ab. Dann gehen wir ab. Vielen Dank.